Geiles Treffen, geile Leute. Hallo, meine lieben Hortense. Ich bin heute in Essen im Unperfekte aus und zwar findet hier heute das erste Treffen der YouTuber NRW statt. Ist das schon jemand hier? Und es haben sich tatsächlich viele Leute angemeldet. Ich bin gespannt, was gleich passiert. Wir sehen uns später. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.